Ich bin deswegen auch in der Diskussion drin, weil das ist ja stellvertretend für etwas, was wir immer wieder führen. Beispielsweise war die Debatte, ob die junge ÖVP mitgehen darf, mitlaufen darf bei der Regenbogenparade. Jetzt verstehe ich total emotional, dass sehr viele, die das seit Jahrzehnten organisieren, einen großen Hass gegenüber der ÖVP haben. Den habe ich, ich würde nicht sagen Hass, weil ich glaube, das ist keine gute Motivation als Politiker. Du musst vorsichtig sagen, was du sagst. Ja, und ich glaube, es ist auch keine gute Motivation als Politiker, aber ich habe da schon einen großen Zorn auch in mir gegenüber der ÖVP. Aber wenn es auch in der konservativen Partei junge Menschen gibt, die sagen, hey, wir wollen, und das ist für die auch nicht so, ohne sich in der Partei dagegen zu gehen, die sagen, hey, wir wollen damit brechen, wir sind da anders, dann glaube ich, auch wenn ich verstehen kann, woher die kommen, dass sie sagen, sie wollen die nicht dabei haben, glaube ich, dass es nicht im Sinne der Sache ist zu sagen, die dürfen nicht mitmachen. Ich finde das auch einen blöden Ansatz zu sagen, okay, weil zum Beispiel ein Unternehmen, da wird ja dann auch immer sofort geschrien, das ist Pinkwashing und Pseudopride, MAMF und was weiß ich, ich finde auch, wenn ein Unternehmen das bis jetzt nicht mitgefeiert hat, dann muss es doch die Möglichkeit geben zu sagen, naja, das haben wir jetzt halt auch am Schirm, na gut, bis jetzt haben wir nicht daran gedacht, jetzt denken wir halt dran. Also ich kann ja jetzt auch niemanden praktisch eine Schlinge draus drehen, dass er sich verbessern will. Also das kann ja jetzt auch nicht der Ansatz sein, oder? Richtig.